Herzlich Willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Mein heutiger Gast ist hier in Zürich zugeschaltet und es ist dies der Dr. Klaus Affolderbach. Klaus, ich begrüsse dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, hallo Christoph, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich mich auch, weil du bist Coach und Berater und Keynote Speaker und warst eben über 22 Jahre bei der Sky Guide. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit auch kennengelernt. Ich finde deine Geschichte noch recht spannend. Wir sprechen also zuerst eben über deine berufliche Entwicklung und das, was du auch heute machst. Und da geht es ja bei dir um die Schlüssel für nachhaltigen Unternehmenserfolg, nämlich da geht es einerseits um das Thema Transformation, Resilienz und auch die Fehlerkultur. Und jetzt mal eine Frage am Anfang. Mit welcher Selbstvorstellung erzeugst du viel Eindruck und Erstaunen bei deinen Gästen oder Zuhörern oder Publikum? Ja, also in der Regel stelle ich mich halt so vor, dass ich sage, hallo, ich bin der Klaus und wie geht es euch denn? Und wie geht es euch denn wirklich? Dazu muss ich vielleicht sagen, dass ich die längste Zeit meines Lebens in Frankreich gelebt habe. Und in Frankreich begrüßt man sich immer mit so einer Floskel, sa va, sa va, also wie geht es, es geht. Und wehe, da weicht dann mal jemand ab. Also wehe, da sagt dann mal jemand, na, es geht nicht so gut. Und mir geht es halt wirklich um die Menschen und auch darum zu verstehen, wie es den Menschen geht. Und deshalb höre ich dann anschließend eigentlich erstmal viel lieber zu, als zu erzählen, dass ich aus Deutschland komme, ursprünglich Kinder habe, was meine Hobbys sind. Also so mache ich das eigentlich. Okay, okay. Gehen wir mal vielleicht zurück zum Anfang deiner Karriere, vielleicht auch zum Studium. Du hast ja etwas Spezielles studiert, was auch bei mir in meinem Studium so ein Lieblingsfach war. Vielleicht kannst du selber mal erzählen, warum du das studiert hast und wie das dann sich bei dir weiterentwickelt hat. Ja, also tatsächlich habe ich Physik studiert. Und Physik habe ich studiert, weil das so etwas war, wo man sich nicht direkt entscheiden musste, was ich dann anschließend werden will. Also grob gesagt, ich wollte mir so viele Optionen wie möglich offen lassen. Und ja, ich habe dann dieses Studium abgeschlossen in Deutschland, damals noch mit einem vollen Diplom. Und bin dann anschließend nach Genf gezogen, ans Europäische Kernforschungszentrum. Okay. Also zum CERN sozusagen? Genau, ich bin dann zum CERN gegangen. Okay. Und was hast du da gemacht beim CERN? Gut, also zum einen hatte ich bei meiner Diplomarbeit einen kleinen Detektor gebaut. Da hatte ich genau ein Jahr Zeit. Das war dann Umbauphase an einem der ganz großen Experimente. Und weil das Gerät dann am Ende wirklich auch funktioniert hat, hatte ich dann die Möglichkeit zum CERN zu gehen, da mit diesem Detektor zu arbeiten und dann auch gleichzeitig zu promovieren. Und das habe ich getan im Bereich Hochenergiephysik. Also ganz konkret habe ich die Strukturfunktion, die hadronische Strukturfunktion des Photons gemessen. Und da könnte man sich schon zu Recht fragen, wen um Gottes Willen interessiert denn sowas? Also das war wirklich reine Grundlagenforschung auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber trotzdem hochspannend. Weil wir wissen ja alle, dass Licht eben nicht nur eine Welle ist, sondern auch ein Teilchen sein kann. Und meine Aufgabe bestand dann im Wesentlichen darin zu messen, aus was für Materie denn Licht jetzt besteht, wenn es so ganz, ganz hohe Energien hat. Also das war der Teil, mit dem ich mich am CERN beschäftigt habe. Und dann gab es ja um die Jahrtausendwende diese Dotcom-Bubble. Und da wurden wir dann auch alle händeringend gesucht. Also ich hatte eine ganze Anzahl von Job- und Stellenangeboten, nachdem meine Zeit dann auch da als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu Ende ging. Und bin dann bei der Schweizer Flugsicherung gelandet tatsächlich, also bei der Sky Guide. Und zwar als Capacity Engineer. Meine erste Aufgabe, die bestand damals darin, die Verspätungssituation in der Luftfahrt in den Griff zu kriegen. Also damals war das extrem chaotisch, was Verspätungen betraf im ganzen europäischen Luftraum. Und dann hatte ich die Möglichkeit, da eigentlich Kapazitätsmanagement wirklich aufzubauen. Das habe ich dann so etwa ein Jahr gemacht, wurde dann auch Kapazitätsmanager. Und dann am 1. Juli 2002 wurde ich Startchef des Director Operations. Und das war an dem Tag, an dem dieses schreckliche Unglück von Überlingen passiert ist. Also das war dann mein wirklicher Einstieg ins Management in der Luftfahrt. Und das hat mich natürlich über die ganzen Jahre immer mit begleitet und ist auch eines der Themen, mit denen ich mich jetzt immer noch beschäftige und etwas, was natürlich das antreibt, was ich jetzt tue. Aber vielleicht sage ich noch ganz kurz, wie es dann bei der Sky Guide auch weitergegangen ist. Ich habe dann über viele Jahre sehr viele Funktionen innegehabt. Insgesamt etwa neun verschiedene Rollen in der Sky Guide. Die Flugsicherung ist wie die Luftfahrt sehr international. Und ich war dann auch eine sehr lange Zeit eigentlich mehr im internationalen Bereich tätig. Ich habe in Brüssel große Arbeitsgruppen und Gremien auch geleitet und bin dann irgendwann verantwortlich geworden, auch für den Betrieb bei der Sky Guide, also für jeweils verschiedene Teile. Und 2018 habe ich dann Einsatz genommen in die Geschäftsleitung als Chief Safety und Security Officer. Das heißt, da ging es dann wirklich um Fragen des Sicherheitsmanagements, Security, also ICT, Security, aber auch Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Risikomanagement und auch so Themen wie Business Continuity. Und das war 2018 und dann kam 2020 Corona. Genau. Und das war für mich dann auch so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mir wirklich nochmal die Frage gestellt habe, was machst du denn jetzt noch so bis zum Ende deiner Karriere und wann ist das eigentlich? Und da habe ich dann schon entschieden, dass ich nochmal was völlig Neues machen will. und habe dann auch mit meinem Chef gesprochen und bin deshalb dann dieses Jahr im Juni aus der Geschäftsleitung ausgestiegen und bin jetzt noch bis Ende des Jahres bei Sky Guide, unterstütze unseren CEO noch bei einigen ganz wichtigen Mandaten, weil was mir ganz wichtig ist, ich gehe jetzt nicht weg von einem Unternehmen, in dem ich so lange war, weil es mir dann nicht mehr gefällt, sondern ich gehe wirklich hin zu etwas ganz Neuem. Etwas, was ich mir dann selber aufbaue. Und was willst du dir hier selber aufbauen? Das wäre für mich jetzt hier an der Stelle die Frage. Ja, also ich habe eben 2020 dann auch überlegt, was es denn werden soll und habe unter anderem da auch angefangen mit einer Speaker-Ausbildung und habe zunächst bei Greta diese Ausbildung gemacht in Deutschland und dann auch anschließend lange mit der Swiss Academy zusammengearbeitet und mich da so nach und nach wirklich zum professionellen Keynote-Speaker entwickelt. Und das ist so der eine Bereich, in dem ich unterwegs bin. Da geht es darum, Impulse zu setzen und ja, auch gerade auf mein spezielles Thema und das ist Fehlerkultur und Resilienz, Transformation hinzuweisen und da vielleicht auch ein paar Denkanstürze zu geben. Und ich habe dann nebenbei auch noch eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach an der European Business School in Östrich-Winkel, also Rheingau in Deutschland, eine der bekanntesten Business Schools in Deutschland. Und da ist mein Fokus wirklich auf Coaching, vor allen Dingen im Executive, aber auch im Teambereich. Und das Ganze hat natürlich einen Grund, weil ich in meiner Karriere bei Skyguide eigentlich immer wieder die Chance und Möglichkeiten hatte, Teams aufzubauen, zu entwickeln und dann auch immer wieder mal Organisationen dabei zu unterstützen, vor allen Dingen in Fragen der Kulturentwicklung, gerade wenn es um Sicherheitsfragen ging. Und vielleicht der letzte Punkt, der auch noch wichtig ist, das ist noch ein Teil, den ich auch mache heute. Und das ist Beratung zum einen im Bereich Prozessoptimierung, gerade in Bereichen, wo es eben auch auf Sicherheit ankommt oder in Bereichen, die hoch reguliert sind. Also da gehören dann Sektoren zu, wie die Kernenergie, Sektoren wie das ganze Gesundheitswesen und Ähnliche. Und das sind so die Haupttätigkeiten, die bei mir dann alle jetzt so richtig losgehen. Sehr spannend, Welles, ich glaube, da hast du viel zu tun und da gibt es auch viel zu tun. Ja, ich würde vielleicht gerne mal einsteigen nochmal mit dem Thema Fehlerkultur. Was würdest du oder wie würdest du eine solide oder gute oder vielleicht auch nachhaltige Fehlerkultur beschreiben wollen? Also es ist eigentlich ganz einfach. Eine gute Fehlerkultur, die basiert auf einem Grundverständnis, nämlich, dass der Mensch Fehler macht. Und dass das nicht böswillig ist. Da muss man jetzt natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt dann einen Fachbegriff, den nennen wir Just Culture. Und das Culture auf Deutsch übersetzt, ist das Redlichkeitskultur. Ein bisschen unglücklicher Begriff. Aber eine gute Fehlerkultur, die akzeptiert eben, dass der Mensch nicht fehlerfrei ist und berücksichtigt das und fördert deshalb auch den Dialog über Fehler. Und das ist eigentlich so das Mitentscheidende, was eine gute Fehlerkultur aus meiner Sicht wirklich ausmacht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt mutwilliges Verhalten toleriere. Ganz im Gegenteil. Und natürlich bezieht sich das auch immer darauf, dass Menschen ihr Bestes geben wollen. Davon bin ich überzeugt, gerade wenn wir in einem hochprofessionellen Umfeld dann sind. Da will keiner einen Fehler machen. Also ich sage ganz oft, niemand steht ja morgens mit dem Gedanken auf, heute mache ich mal so einen richtig geilen Fehler. Aber Dinge passieren und es geht ja darum, zu lernen und zu verstehen, wie wir das System am Ende sicherer und besser machen können. Genau, genau. Du sprichst ja auch vom resilienten Unternehmen. Hast du so ein Beispiel vielleicht mal für so ein resilientes Unternehmen? Ja, also vielleicht möchte ich erst noch eine Unterscheidung machen. Also wenn wir von Resilienz sprechen, so im klassischen Sinne, dann ist das ja ein Begriff, der aus der Psychologie kommt und der wirklich auf das Individuum abzielt und eigentlich beschreibt, dass jemand, der durch eine schwierige Situation gegangen ist, am Ende da dann doch unbeschadet rauskommt. Und wenn ich über Resilienz spreche im organisationalen Zusammenhang, dann geht es mir eigentlich um die englische Bedeutung, also Resilience. und da gibt es einen kleinen Unterschied. Und das bedeutet zum einen, dass ich eine Stabilität habe. Also das ist eigentlich das, was auch in der Psychologie gemeint ist, dass ich aber gleichzeitig auch immer bereit bin für die richtige Veränderung. Und das ist also eine leichte Ausweitung. Und wenn es jetzt um resiliente Organisationen geht, das geht zurück auf die sogenannten Hochzuverlässigkeitsorganisationen oder High Reliability Organisations. Dazu gehören Flugzeugträger, dazu gehören Kernkraftwerke, dazu gehören Teile des Gesundheitswesens, Krankenhäuser und eben auch Flugsicherung. Und diese Hochzuverlässigkeitsorganisationen, die haben so bestimmte Grundprinzipien, die haben eben auch viel mit Fehlerkultur zu tun, damit, wie ich wirklich auch immer sensitiv bin für das, was passiert, dass ich zu den richtigen Zeiten dann auch die richtige Expertise nicht nur höre, sondern auch wirklich in den Vordergrund stelle. Und da gibt es eben auch dieses Commitment zur Resilienz. Und das bedeutet eigentlich, dass ich mich zunächst mal auch mit Worst Cases auseinandersetze. Also, dass ich mir bewusst werde, was sind denn die quasi schlimmsten Dinge, die jetzt in meinem Unternehmen passieren könnten, und mich dann versuche, darauf vorzubereiten. Es gibt da ein sehr gutes Buch von Carl Wakeliff zu diesem Thema. Das gibt es mittlerweile in, ich weiß gar nicht der wievielten Auflage. Auf Deutsch heißt das das Unerwartete Managen. Und das sagt es ja eigentlich schon. Und ich kann das Unerwartete natürlich nur managen, wenn ich weiß, was wirklich los ist. Und da ist dieser Zusammenhang dann auch zu Fehlerkultur. Also, im Wesentlichen zu verhindern, dass aus Dingen, die vielleicht erst mal nur so ein bisschen daneben gehen, schwache Anzeichen, rechtzeitig zu lernen, um zu verhindern, dass da eben die Katastrophe raus entsteht. Das ist bei mir einer der Ansätze, auch wenn es um organisationale Resilienz geht. Aber gibt es da so ein Beispiel, wo du sagst, aus deiner Sicht jetzt, nach deiner Erfahrung, die haben das jetzt richtig gut im Griff? Kann man das überhaupt so sagen jetzt hier? Das ist die Frage, ja. Also, High Reliability-Organisation ist natürlich auch erst mal ein theoretisches Konzept. Und von daher zu sagen, wir sind das jetzt und damit ist gut, das ist ganz schwierig. Aber ja, ich kann ein paar Beispiele nennen, auch sogar vielleicht nicht namentlich, aber aus der Branche hier aus der Schweiz. Da geht es um Kernenergie. Und wo also ein Unternehmen immer wieder auch sich ganz bewusst in Frage stellt, obwohl sie, glaube ich, sogar Auszeichnungen erhalten haben für ihre exzellente Sicherheits- und Fehlerkultur. Und trotzdem immer wieder sagen, nein, wir möchten uns da weiter verbessern. Wir möchten möglichst alle blinden Flecke loswerden. Also, das ist ein Beispiel. Und natürlich ist auch die Flugsicherung da ein gutes Beispiel. Und die Luftfahrt vielleicht auch insgesamt. Ja, jetzt eben apropos Luftfahrt. So, das Ereignis, wo dich wahrscheinlich oder ja, sehr stark auch geprägt hat, war ja das, was in Überlingen dann ja auch passiert ist. Und das war ja vielleicht vorher nicht so richtig abzusehen. Oder war da die Sky Guide als solche auch vorbereitet auf so etwas? Überhaupt nicht. Und jetzt muss man wissen, Überlingen war ja nicht das erste schlimme Ereignis in der Schweizer Luftfahrt, sondern schon der fünfte schwere Unfall seit 1990. Also, das fing an mit einem Absturz einer Alitalia-Maschine hier am Stadlerberg in Zürich. Und dann waren verschiedenste Unfälle, Crossair-Unfälle und auch der Absturz der Swissair 111 bei Halifax. Also, da war niemand drauf vorbereitet. Und wir hatten natürlich damals eine Sicherheitskultur, weil keine Sicherheitskultur haben, das geht nicht. Aber sie war nicht positiv und sie war auch nicht förderlich. Und das war also wirklich so der Punkt, der uns kalt erwischt hat in allen Bereichen. Ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber heute sieht es wahrscheinlich auch an der Stelle wieder anders aus, weil man halt auch draus gelernt hat, ein Stück weit. Und da kommen wir auch schon zum Thema Transformation, weil es braucht ja vielleicht auch ein Ereignis, damit man sich dann auch irgendwo entsprechend transformiert. Aus deiner Erfahrung, wie macht man so einen Transformationsprozess jetzt auch idealerweise? Ich weiß, das ist eine große Frage, muss immer ins Detail gehen natürlich. Aber gibt es da ein paar Hinweise von dir? Also, ich glaube, das Wichtigste ist erst mal, dass diejenigen, die die Transformation initiieren, wissen, wo sie eigentlich hin wollen. Und das ist typischerweise bei Unternehmen erst mal eine neue Vision. Und die kann eben entstehen dadurch, dass sich so eine schwere Krise oder auch ein Skandal durchlebt. Also, das sind ja so typische Auslöser für Transformationsprozesse. Oder einfach, dass sich mein Umfeld verändert hat. Und dass ich jetzt feststelle, ich muss irgendwie wirklich was Grundlegendes anders machen. Und das funktioniert aber zunächst, oder aus meiner Erfahrung, eigentlich nur, wenn wirklich die Führungsspitze das auch wirklich will und weiß, wo sie hin will. Also, das ist für mich mal das Erste ganz Wichtige. Und das Zweite ist dann, dass sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen mitnimmt. Wir sprechen da oft auch von der Lokomotive und den Waggons und irgendwann sind die dann abgehängt in solchen Prozessen. Und das darf man einfach nicht unterschätzen. Das ist eine große Kommunikationsaufgabe. Und dazu gehört dann eben auch, dass ich diesen ganzen Menschen in meinem Unternehmen die entsprechenden Tools an die Hand gebe, dass ich sie dabei unterstütze und dass sie dann eigentlich die wirklichen Treiber einer Transformation werden. Also, Transformationsprozesse, die nur von der Spitze quasi gewollt werden, die aber im Unternehmen nicht verstanden sind, die scheitern ganz, ganz oft. Und deshalb ist das eigentlich noch der wichtigste Punkt, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen, warum es denn jetzt zu so einer Veränderung kommt. Ja, absolut. Okay, sehr, sehr gut. Jetzt, wenn man bei dir ein bisschen schaut, was du machst und wie du das machst, scheint es, dass du immer wieder dein Publikum richtig mitreißen kannst. Was meinst du, an was liegt das? Also, natürlich habe ich ja diese ganzen Erfahrungen gemacht. Und vielleicht gebe ich hier das ganz kurze Beispiel. Ich habe ja gesagt, Überlingen war so der Einstieg ins Management. Und tatsächlich war es so, dass wir damals in Brüssel regelmäßige Sitzungen hatten, in einem Gremium, da saßen 100, 150 Top-Führungskräfte aus der Flugsicherung und auch aus der Luftfahrt. Das war ein Gremium für den Generaldirektor damals, der Eurocontrol. Und da sollte ich dann erklären, was passiert war. Und ich habe da keinen Ton rausgekriegt. Also, da spreche ich auch über diese Situation in meinen Keynotes drüber. Wie soll das gehen, als absoluter Neuling, da dieses Versagen zu erklären? Und natürlich habe ich dann auch am Anfang diese Dinge erst mal ein bisschen verdrängt. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, das ist nicht der richtige Weg und habe mich dann sehr, sehr intensiv mit allem, was mit Überlingen zu tun hat, auseinandergesetzt. Und ich habe unter anderem noch mal alle Gerichtsurteile gelesen. Das waren weit über 1000 Seiten, die es dann gab. Ich habe die Untersuchungsberichte gelesen. Und da wurde mir eigentlich klar, das ist so viel Material, was ich irgendwie nutzen muss, um Menschen da auch drauf aufmerksam zu machen. Und deshalb, ich erzähle halt meine Geschichte. Und das sind Dinge, die ich halt alle selber durchlebt habe und wo ich bei vielen sage, ich will einfach nicht, dass das andere erleben muss. Und das nimmt die Menschen dann wahrscheinlich auch einfach mit. Weil man es sich dann leider auch bildlich vorstellen kann, wovon ich spreche. Und natürlich ist es eben nicht bei Überlingen alleine geblieben. Also natürlich in dieser Zeit auch Flugzeugentführungen erlebt, auch als verantwortlicher Manager. Und ich bin natürlich auch sehr viel im Austausch mit Piloten und habe da sehr, sehr viele Gespräche. und nehme da halt immer wieder auch Geschichten mit, die die Menschen dann berühren, weil sie mich einfach aufmachen können. Ja klar, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt zum Thema Karriere. Du hast ja doch auch deine Karriere wirklich sukzessiv vorangetrieben, nach dem Studium eben da nach Genf und dann eben auch zu SkyGuy. relativ lange eigentlich geblieben, wo du heute noch bist, dich jetzt da langsam auch loslöst. Gibt es auch so Hinweise grundsätzlich zum Thema Karriere, wo du sagst, das hat mir recht viel gebracht und möchte ich an der Stelle gerne auch weitergeben? Also es gab in der Tat so ein paar ganz wichtige Aspekte für mich in meiner Karriere. Und das Erste ist das Lifelong Learning für mich kein Buzzword, sondern das ist wirklich eine fast Lebensphilosophie geworden. Das ist so der erste wirklich wichtige Punkt, den ich auch anderen gerne mitgebe. Man hört nie auf zu lernen und lernen macht halt und das ist das Schöne auch noch richtig viel Spaß. Das ist so der erste Punkt. Und dann, was ich extrem wichtig immer empfunden habe, war, sich mit Menschen zu umgeben, die eine andere Expertise haben, die andere Erfahrungen haben, weil gerade in dieser komplexen Welt, in der wir heute sind, da kann ich ja gar nicht mehr alles alleine wissen. Mich dann mit entsprechenden Menschen zu umgeben, die mich ergänzen und die ich ergänze, das ist halt etwas, was, glaube ich, auch immer wichtiger wird. Und deshalb ist auch mein Fokus jetzt, wenn ich in Unternehmen arbeite, mehr auf Team-Coaching als auf der Unterstützung von individuellen Führungskräften. Aber gut, das gehört natürlich auch immer mit dazu. Und ich weiß noch, mein erster Chef bei der Skyguide, der hat mir irgendwann mal gesagt, only excellent people hire excellent people. Und da habe ich dann für mich auch etwas mitgenommen, nämlich, dass ich mir vorgenommen habe, in jeder neuen Position, mich eigentlich so schnell, wie es geht, überflüssig zu machen. Und damit bin ich eigentlich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr gut gefahren und damit fahre ich auch heute noch sehr gut. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass ich den Menschen, für die ich der Chef bin, wirklich vertraue, dass ich auch weiß, dass sie das alles leisten können und dass ich sie unterstütze, dass ich ihnen helfe, dabei zu wachsen. Und das ist halt auch etwas, wo ich aus Erfahrung sprechen kann, ich hatte immer Chefs, die auch so gedacht haben. Also ich hatte immer Verantwortliche für mich selber, die mich in meinem Wachstum unterstützt haben und von denen ich wahnsinnig viel lernen konnte. Und das ist halt so auch eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Super. Fantastisch. Wir führen ja hier das Berufungszentrum und stellen unserem Kandidaten natürlich auch immer hier die Frage, was ist denn deine Berufung, was ist dein Life Purpose, was ist dein Lebenszweck? Jetzt so vielleicht die Frage an dich, was würdest du als deine Berufung beschreiben wollen? Ja, also wenn ich ehrlich bin, diese Suche nach meinem Warum, die hat ziemlich lange gedauert. Und ich weiß auch noch nicht, ob die wirklich fertig abgeschlossen ist. Aber eins weiß ich auf jeden Fall. Ich habe drei Töchter und vielleicht auch irgendwann mal Enkelkinder und ich möchte einfach, dass ich denen eine Welt hinterlasse, dass wir eine Welt hinterlassen, die mindestens mal genauso lebenswert ist, wie die Welt, die wir vorgefunden haben. Und das ist so im Moment eigentlich mein Antreiber. Schön. Es gibt ja so unterschiedliche Apps oder Programme, Internetressourcen, die noch ganz spannend sind, die man nutzen kann, wo du vielleicht auch selber nutzt und sagst, die bringen mir oder helfen mir in meiner täglichen Arbeit. Gibt es da ein paar, die du vielleicht auch hier empfehlen kannst? Also das Erste, was ich empfehlen würde, ist jetzt wahrscheinlich keine absolute unbekannte, ist Noten. Einfach deshalb, weil ich natürlich in den letzten 20 Jahren mehr oder weniger immer ein Team und Assistenten um mich rum hatte und mich um Organisation nicht so wirklich kümmern musste. Und Noten ist für mich einfach eine App, mit der arbeite ich jetzt auch schon seit der ganzen Zeit, die mir so dieses Organisationsmanagement wirklich sehr, sehr erleichtert. Also das ist so das eine. Und vielleicht noch ein zweites Tool, das nennt sich LeadDelta. Das benutze ich vor allen Dingen, um mein Netzwerk auf LinkedIn zu verwalten. Also das ist eine Schnittstelle zu LinkedIn, wo ich dann meine Konversationen eigentlich im Auge behalten kann, mitmanagen kann. Das ist eine Erweiterung, wenn man so will. Das sind so für mich im Moment die beiden Haupttools, mit denen ich arbeite. Und dann kommen natürlich die ganzen kreativen Geschichten auch noch dazu, wie Canva oder ja, und auch ich nutze JackGPT. Jetzt nicht, um mir blind Inhalte generieren zu lassen, sondern mehr für Recherche. Also ich vertraue der KI zwar bis zu einem gewissen Grad, aber ich bin immer noch der Meinung, man sollte trotz allem wissen, worüber man spricht. Und ja, das sind so die Tools. Und dann vielleicht das Letzte noch auch als eine Quelle einfach, das ist YouTube. Also das finde ich ist halt eine sehr, sehr umfangreiche Wissenssammlung, wenn man sie richtig nutzt. Gibt es auch Bücher, die dich selber begeistert haben, wo du sagst, die möchte ich an der Stelle gerne empfehlen? Also mein absolutes Lieblingsbuch ist Achtsam Morden von Karl Dusse. Das habe ich mehrmals als Hörbuch gehört und da geht es eigentlich darum, wie man Achtsamkeit dann auch mal ein bisschen sarkastisch betrachten kann. Und ich habe herzhaft gelacht und zwar während des ganzen Buches. Und ja, das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und dann gibt es noch ein zweites Buch. Das nennt sich Die Walkabout von Mike Saunders. Das ist schon Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erschienen. Da geht es um eine englische Familie, die aus dem damaligen Rhodesien zurück nach England musste und die sich damals entschieden haben, diese Reise dann mit einem kleinen Segelboot zu unternehmen. Ein Segelboot, was sie mehr oder weniger komplett neu aufbauen mussten unter den Umständen, die sie damals beherrscht haben. Und das ist eine Inspiration für mich gewesen, schon als Kind einfach auch mal immer wieder neue Dinge zu versuchen und auch mal Wege zu gehen, die man jetzt nicht so kennt. Also das wären so zwei Tauchbücher, die ich gerne empfehlen würde. Okay. Und du hast vorhin von einem anderen Buch gesprochen, das unerwartete Managen von Karl Wakeliff. Ist das korrekt? Ja, genau. Also das im Original heisst das Managing the unexpected. Das ist von Karl Wakeliff und jetzt komme ich gerade nicht auf die Co-Autorin. Aber das ist so das Grundwerk für High-Reliability-Organisationen, also für Hoch-Zuverlässigkeits-Organisationen. Und das gibt es heute in, ich weiss nicht der wievielten Auflage auch auf Deutsch übersetzt. Ja. Wenn es jetzt jemand hört und gerne mal mit dir, Klaus, mal Kontakt aufnehmen möchte, das geht wahrscheinlich auch unter anderem über LinkedIn und auch über deine Homepage, die heisst ja klaus-afolderbach.com Ist das korrekt? Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten? Genau, also das sind so für mich die Hauptstellen eigentlich sowohl über LinkedIn oder auch über meine Webpage, da gibt es auch die Möglichkeit dann einfach über einen Anfrage-Button sich bei mir zu melden. Genau. Okay, sehr gut, wunderbar. Gibt es jetzt zum Schluss noch irgendetwas, was du uns noch mitgeben möchtest? Ja, also man hat es vielleicht so ein bisschen rausgehört, mir geht es vor allen Dingen um den Menschen. Und gerade auch, wenn wir über Fehlerkultur sprechen, ja, Menschen machen Fehler, aber Menschen sind halt viel ofter die Lösung. Also zumindest sind sie Lösungen, wenn sie offen reden und selbstbestimmt handeln dürfen. Und das ist für mich etwas, was ich sehr gerne den Menschen mitgeben möchte, dass man diesen Faktor Mensch nicht aus dem Auge verliert, gerade jetzt, wo wir immer mehr über Digitalisierung, über künstliche Intelligenz und Automations sprechen. Am Ende stehen wir eben doch selber als Menschen immer noch im Zentrum und das ist für mich so wichtig. Super, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für das ganz tolle Gespräch hier auch in Zürich mit dir, Klaus. Ich glaube, du hast uns da ganz viele wertvolle Anregungen mitgegeben. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald wieder. Ich danke dir, Christoph. Ich wünsche dir auch noch einen wunderschönen Nachmittag. Bis bald. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com Servus und bis bald. Dein Christoph.